So, was bannen wir denn in der Elo? Jee, thanks! Oh, jetzt werden die Match-Ups diskutiert. Against Nah. Uh, ich weiß nicht. Ist eigentlich kein gutes... Bad Match-Up. Gehst du dann in den Jungle einfach? Ja, kann ich machen. Danke. Ja, dann geh ich in den Jungle. Easy. Zack, go! Das wird schlimm. Ich glaube auch, das wird richtig schlimm. Ich glaube, das wird schlimm. Aber wir haben... Wir haben... Wir haben... Beide Exhaust, die habe ich gesteckt. Ich habe schon gefragt, ob jetzt gerade irgendwer dir Messer in den Rücken rammt oder so. Was ist das für ein Brauskin? Ja, genau so klingt man an Christo. Da muss dir mal an Prinz John denken. Bei Messer in den Rücken. Lass ihn gehen! Lass ihn gehen! Um Himmels Willen! Lass ihn gehen! Lass ihn gehen! Lass ihn gehen! Um Himmels Willen! Lass ihn gehen! Hey, was hat denn dein Narr für ein... Für ein Logo, oder? Das ist von der letzten Season Bronze. Geil! Du hast da Stolz drauf! Ach du Scheiße! So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Bronze Bravery. Und in der letzten... Natürlich mit Splatterman. Hallo! Und in der letzten Folge haben wir ja viel darüber geredet, dass die Seite... Oder was heißt viel darüber geredet? Aber wir haben erwähnt, dass die Seite nicht mehr... Dass es doof ist mit den neuen Items und voll veraltet, keine neuen Champions. Ja, also echt so eine halbe... Ich glaube, die ist echt auf dem Stand von vor einem halben Jahr oder so. Ja. Auf jeden Fall haben dann... Echt! Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber bei mir haben gefühlt... Bestimmt 10 bis 20 Leute... Mir eine E-Mail geschrieben oder irgendwie auf Facebook eine Nachricht geschrieben. Dass die entweder eine Seite gemacht haben... Oder ein Tool, so zum Runterladen halt. Und wir haben jetzt eins genommen, was richtig geil ist. Das, äh... Also erstmal vielen Dank an alle. Das ist nice. Alter, was macht ihr denn da? Aber, äh... Ja, wir nehmen jetzt eins, was... Alle Items hat. Nagelneu. Guter Flash vom Brand hier. Hast du das grad gesehen? Nein. Der hat grad einfach in der Mitte auf dem... Auf dem... Ja. Naja, jedenfalls gibt's auch die Jungle-Items. Und, äh... Man kann das Item-Set reinkopieren ins Spiel und hat dann hier den Item-Bild. Voll geil. Äh, aber ansonsten ist er auch nochmal hier. Und hier ist meiner. Und Brand hat echt richtig geil geflasht gerade. Das hätt's so sehen müssen. Alles ist echt ziemlich cool mit diesem Item-Bild. Ja. Braucht man nicht mehr... Ne? Ihr wisst, ich habe teilweise echt lange immer gesucht. Ich weiß nicht, ob ich die schaffe ohne Jungle-Item. Ich schaffe die nicht. Ich glaube nicht. Du was? Ne. Ich hab... Ich hab's nicht. Ich... Äh... Mit was musst du denn anfangen? Ja mit... Ich hab halt mit Schuhen angefangen. Ne, aber mit welchem Skill musst du anfangen? Mit E. Oh, das ist natürlich bitter. Ich glaube ich werde einfach jetzt die Kleincamps farmen. Und wenn ich dann genug Geld hab... Oh shit ey. Das schaffe ich auch nicht. Ich hätte nicht mit Schuhen an. Warum fang ich mit Schuhen an? So, jetzt bin ich Level 2. Nice. Vielleicht weil du im Kopf da beschert bist, ne? Ja, tschüss. Tschüss. Glaub ich werde mir jetzt erst die Schuhe kaufen, weil dann habe ich direkt Amo gegen Knar. Warte mal. Ach ne, ich darf ja gar kein Jungle-Item kaufen. Genau. Ja. Schade. Genau, ja klar. Was laber ich hier überhaupt für ne Scheiße, Alter? Bla, ist das nicht smart fast. Oh Gott. Oh Gott, das wird close. Ne, das schaffste, easy. Alles klar. Ich bin ja Jay's Jungle-Main. Ja, ist geil. Ne. Ich nehme Angerüstempo, zack. Ne, warte. Warte. Ich kann doch die neuen Tränke kaufen. Warte. Den neuen Trank. Äh, äh, äh. Jetzt muss ich doch suchen. Tränkeaugen, da. Zack. Nachfüllbar. So, ab zum Blue-Buff. Ne, Red-Buff. Alter, was ein Scheiß-Start. Wie läuft's bei dir gegen, na? Äh, ist das in Ordnung, sag ich mal? Sag ich mal? Hat er mit Thunderlord? Ne, hat... LOL! Kna, hat das Burn-Dings? What the freaking hell? Ja, geil. Überhaupt, die haben echt viele Thunderlord. Kappa. Ich nehme jetzt trotzdem mal E, damit ich ihn habe. Du warst ruhig im Chat, aber. Ja, ist komisch. Wir haben einmal Hobbit gesagt. Normalerweise ist es doch MVP-Chat. Ja. So, da wird schon gepinkt. Was ist da wer, oder was? Nice. Ich glaube, es soll ich häufiger machen. War hier wer, oder was? Warum wird da gepinkt? Ah, ich habe niemanden gesehen. Die haben diesen Jungle auf jeden Fall. Mit Thunderlord. Dass sie einfach fast alle keinen... Dass sie fast alle keinen Thunderlord haben, ne? Ja. Ja. Das ist echt witzig. So, jetzt können wir drauf. Okay. Ja. Hast du Exhaust? Ja, ja. Nice. Double Exhaust Gank incoming. Das ist die einzige Möglichkeit mit den Chars. Ja, vor allem mein W auch noch. Ja, gut. Der hat gelitten. Ja. Ja. Aber ich bin halt der Beste. Ja, du bist halt... Das war echt gut gemacht von dir. Echt gutes Exhaust, ne? Echt gutes Exhaust, ne? Gut gelöst. Und schöner Last-Hit. Hey, komm, ist er einmal nicht da. Pinkt er wie ein Wilder, oder was? Ja, ist doch gut, Alter. Jetzt will... Ach, der will ein Gank. Aber warum pinkt der immer auf die Raptoren? Weil er will, dass du über die Raptoren kommst. Oh lol, ich hab einmal den E vergessen zu skillen. Naja, gut. Der E ist das, was bei dir keinen Schaden macht, oder ist das der Spin? Äh... Ne, der E ist der Spin. Achso, ja, okay. Dann geht das ja sogar. Ich dachte, du müsstest den W maxen dann. Ne, ne, ne. Das wär übel bad. Ja, aber für Jungle wäre Crew schon ganz gut. Ja. Alles richtig. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Scheiße. Warte, wie mach ich das? Da ist er. Na, jetzt können wir grad nicht rein, weil er... Weil er gleich den Big wird. Geil, die Bot Lane kommt. Mir zur Hilfe. Oh, wo ist er denn? Er ist schon abgehauen, der Schlinge. Da ist er. Da bedanke ich mich mal hier für die... Wache. Nimm ihn dir, Junge. Hier, da! Oh man! Ich nehme jetzt einfach... Alles klar! Wieso hat er da wischen? What? What? Komm, komm diven, Freunde. What? What? Zehn von zehn grad lustig. Zehn von zehn lustig einfach gerade. Zehn von zehn lustig, okay. Oh shit. Was war das? Ich krieg schon wieder gar nichts mit dir. Alter! Der Flash von der Sivir! Vor allem, ich geh genau in dem Moment, entscheide ich mich doch nochmal rein zu gehen, wo er die Ulti castet. Geil. Im Spin. Aber war grad geil. Die Sivir hat richtig gut gegen eine Wall geflasht. Äh, Lee Sinner hat's komplett verkackt. Aber warum hat der Vision? Er hatte wahrscheinlich hier im Bush auch noch einen Ward, ey, der kleine Schlingel. Damn. Ich hab grad so viel Farben verpasst. Also ich muss sagen, manchmal bin ich beeindruckt von den Mindgames. Aber ich bin mir nie sicher, ob das alles so seine Richtigkeit hatte oder ob das viel Luck war. Naja. Ja. In dem Sinne. Oh, der Tower-Agro. Hättest du Ulti machen sollen. Oh ja. Ne, ich hatte der Ulti grad nicht mehr. Achso. Ich hab noch Barriere. Ich versuch' ihn die ganze Zeit zu baiten. Alter, was? Mann! Ich verpasst grad. Ich hab in den letzten zwei Minuten irgendwie keinen Farben bekommen. Geil. Nicht so gut. Okay, wir warten noch. Ja, ich komm gleich mal ganken. Ja, ich hab auch in 19 Sekunden wieder Ulti. Dann spare ich jetzt meinen Mana. Ja, der hat auch grad keine Wut. Eigentlich können wir jetzt drauf. Ja, warte. Zwölf. Ein Exhaust sollte auch wieder all ready sein bei dir, ne? Warte kurz, warte, warte. Ja, ja. Warte wirklich. Sechs, fünf. Ja, ja, ja. Das ist so ein Safe-Kill. Jetzt? Ja. Exhaust? Alles klar! Der Gank. Okay. Texas. Warum? Weil ich dann umsonst jetzt kam. Warte, ich mach dir die Krabbe, weil ich nicht umsonst hier oben. Keep Mana severe. Du hättest doch einfach dein, 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 äh, Weaktiven. Ja, aber ich war nur im Spin. Okay. Schade. Also, gut. Ich hätt's wahrscheinlich noch bestimmt. Ja, ne. Ha, ha, ha. Mal mitleinen ganken, oder? Ja, kümmer euch. Ich hab auch Exhaust. Wenn er Ulti macht, dann... Oh, ne, lass mal lieber raus. Ja, Junge! Was? Was? Einfach raus! Oh, jetzt hab ich Ulti gemacht, weil ich dachte, er trifft mich. Aber er hat einfach Meilenwald daneben geböllert. Alter, Christoph. Das Ding ist, wär ich mit dir zusammen rausgegangen, wenn wir beide gestorben sind. Ne, hätt er Ulti gemacht. Naja, stimmt schon. Aber ich war da in dem Moment dann, oh. Ich steh so vor ihm. Hi! Ich hab auch nicht gecheckt, dass du nicht Level 6 bist, weil dann wär's ja auch ungefähr nicht gewesen. Ja, ja. Ich bin dann Level 6 geworden, gerade. Irgendwie an den Minions. Wich geil. Aber sehr, sehr killarm irgendwie, dafür, dass wir schon 10 Minuten Ingame sind. Ja, das stimmt. Und ich hab beide Kills, äh, auf der Toplane. Ziemlich gut. Guter, guter Jungler, guter Gank. Nice. Ja, der LeBlanc hat auch 2-0. Was? Die zieht den, äh, wobei Brand auch 2. Ach, das war die Jungle-Action hier. Oh, ich werd von nem Bronzespieler outfahren, ne? Das ist echt bitter. Hey, der ist ranged, du nicht. Ah, stimmt schon. Musst den nur schön reden. Oh, Alter, schon wieder? Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Die Pings irritieren mich auch so hart, ne? Klopp drauf, da. So, wenn du wirst, kein... Alter, ohne Jungle-Item ist es echt nicht schön. Ne. Oh, Leute, ich bin da. Ich bin da. Ah! Ah! Ok. Auf. Nee ich haue ab. �� deixe auf. Ja jetzt. Ist zurück. Ich habe gleich Ult. Warum hat der Vision- behinderter Sche vacuum... Okay. War nur Spaß. Behinderte Sche dynamically. Alter. Alter, jetzt kommt der Brain noch weh. Du leitest die Ult oder so weiter. Ich hau dich weg. Jetzt pushen hier oben ein. Ihr müsst da unten jetzt Druck machen. Oh ne, Alter. Der ist ja jetzt komplett im Arsch. Nö, der killt ihn. Alles klar. Gut. Gut. So, ich baue die Schuhe erstmal nicht zu Ende aus. Haben wir aber schon mal die Armor davon geholt. Das ist hier wieder sehr gefährlich. Kann ich jetzt bitte endlich weg? Danke. So. War eigentlich was mit Cooldown Reduction, aber... War eigentlich nur scheiße. Why you stop tanking, man? Cause I'm not the tank, man. So, ich komme auch... Also ist jetzt wirklich ohne Jungle-Item der reinste Strafe zu juggeln. Vor allem irgendwie mit dem Champ wie Trindermeer. Wobei der Q wäre eigentlich ganz gut, so ne? Aber mit dem E, Alter. Vor allem auch bei dem Cooldown. Oh, inzwischen. Egal. Egal. Jetzt habe ich langsam meine Tech-Speed. Geht besser. Ey, Gnar ist nur ein Puschen, ey. Ich muss hier aber langsam mal hier farmen. Ja. Und ich hier irgendwie auch. Alles. Oh, danke. Geil doch. Hm. Check. Ulti wieder ab gleich. Ich hab Blue-Buff, Junge. Hehehe. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Ich bin ich wieder gegen, oder? Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Ich kokel. Nee, alles gut. Man kann damit drinnen mir richtig geil die Teamfights baiten. Was, man? Wie? Ich konnte das mal machen. Ich habe doch gemessert. Ich habe Exhaust nicht draufgekriegt, Alter. Geil. Ja, das ist halt super bad. Hat gewesen, aber... Alter, können wir aufhören zu pingen? Spastis. Oh, lol. Hä, wie haben die das denn jetzt hinbekommen? Was denn? Vor allem bei. Die haben die Sivir gerade irgendwie gekillt, aber ich habe keine Ahnung wie. Wie haben die eigentlich zurückgeschlagen? Naja. Ich habe Exhaust wieder ready. Oh, Mann. Ich hätte Exhausten müssen, dann hätte ich den Fight gerade über gewonnen. Das ist super bad von mir. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Von mir soll er auch was haben. Habende. Ich zerfick den jetzt noch. Okay. Ich zerfick den jetzt, genau. Alter. Alles klar. Gut. Vor allem, ich kann nicht mal Gegner smiten oder so. Ja, gut. Oh, lol. Sag doch was, was du planst. Ich plane gar nichts, Mann. Jetzt ist Exhaust... Jetzt ist einfach Exhaust sinnlos raus. Ich habe nicht geguckt, wo du stehst. Ich habe nur gesehen, dass du nach oben gekommen bist. Hey, ich stand die ganze Zeit hier im Busch und habe gewartet, dass du ihn baitest. Naja. Oh, Alter. Was hält denn der aus? Wie wurde denn der schon... Oh, wie. Ich nehme mir jetzt einfach über Farme, ey. Ich muss echt aufholen. Ich bin relativ behind. So wie David? Damit meine ich nicht David. Ahhhhhhhhhh. Geil. So, Ulti wieder ab. Muss auch Rom gehen. Da wollen wir Harald machen. Hm. Die Minions überleben einfach auch mit 2 HP, das ist super bitter. Alter, du hast diese Runde richtig Troubles, ey. So. Schließ, schließ. Äh, was ist das? Boah, Alter. Was ist denn los mit dir, Alter? Halt doch mal die Fresse. Okay, sorry. Alter, du bist gar nicht mehr. Ja, aber der ist Bronze, der Dude. Ja, und du bist scheiße, also halt dein Maul. Okay. So, ich komm jetzt Top-Lane. Report. Report. Oh, hier ist Lee. Na, ich noch ein Weg. Hehehe. Weggesäbelt. Ne, der rennt doch jetzt einfach in Tower. Ey, ich könnte... Ja, du auch. Ich hab kein Leben. Fucking Campers. Als wär das CS oder so. Ich hab hinter der Ecke auf einen gewartet. Und dann hab ich ihn übel weggesäbelt. Geil. Boah, Alter. Der mit stimmt. So, ich kann nur langsam weg. Ich hab Schattenklinge. Ey, was kommt nochmal danach? Ah. Ja. Ist eigentlich ganz okay, der Item-Bild. Na ja, mal gucken. Und den nehm ich auch noch mit. Ja, erst soll ich weggehen? Und jetzt willst du Support, du Lappen, Alter. Heils Maul. Hä, was mit ihm? Hä? 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 Was geht mit ihm? Alles klar? Ich glaub, der hat mich gehört. Ja, ich wollt grad sagen. Das hat sich echt angefühlt. Das hätt er dich gehört. Mich gefühlt haben wir. So, ich brauch Damage. Hast du vielleicht grad zufällig deinen Stream an? Nein. Nicht die Aufnahme? Nein. Ich hab unterschiedliche Programme. Das wär's. Ich glaub, ich geh mal Botlane. Oh. Gude Rult. Oder kommt Vayne? Die Renterrat. Alter, was waren das hier schon wieder für Plays? Ah, deswegen. Ja, und weg. Alter, fightet doch nicht gegen die Ball. Ich geh doch einfach. Lol. Jetzt können die die echt machen. Ey, die spielen nicht schlecht? Unsere Botlane. Die spielen echt nicht schlecht? Das ist ja krass. So, jetzt hau ich die weg. Oh lol. Okay. Ich hätte gedacht, ich überlebe das mit Q. Aber der Q hat weniger gebracht, als ich dachte, weil er Level 2 ist. Oh, thank you. Zweitens. Ich hätt eigentlich auch wegen dem Brand Ulti machen können. Na gut, jetzt egal. War ja kein Kill für die. Aber ist sehr passiv das Spiel heute irgendwie. Also bisher verhältnismäßig. Wollen wir Drake machen oder so? Irgendwas hier stark. Du, ich bin nur Toplaner machen, weil der Gnar sonst die Base pusht. Ja, du hast halt auch ein Kack-Item-Bild, ne? Ja, gegen Nah. Wenn ich halt irgendwas mit den Arma hätte, wäre es kein Problem gewesen. Aber du hast halt einen Haufen Scheiße. Oh, ich glaub. Er war, nee, er weiß es nicht. Ja, dann rein. Oh, oh. Voll Ul. Ich hab keine Ulti. Oh. Also ich hab die auch. Oh, Leu. Das machen wir aber nicht, Freundchen. Ich hab nämlich da so eine ultimative Fähigkeit ab. Oh, Leu, es sind ja einige. No. Shit. Oh, ihr habt ja viel Ulti gemacht. Nee, wir sollten gehen. Wir sollten gehen. Wieso, warum geht sie denn rein? Weil das jetzt die Plays sind. Uhuhuhui. Okay, wir nehmen Toplaner. Jetzt geht die Sieber da lang. Hä, Christi, hier läuft grad übel die Scheiße ab. Ja, ich glaub, ich geh einfach mal mehr roam. Oh, Leu, er ist im Busch geblieben. Alter, wie spielen die denn? Und die Sieber kloppt einfach unter Tage. Ich hab einfach grad mal Gnar geultit und danach und direkt exhaustet. Das war so richtig dumm. Oh, jetzt hab ich ein Problem. Nee, geht noch. Ich hab grad deswegen, wir wollen einfach das Feuer auf mich lenken. Es hat geklappt. Ja, drunter. Ja, kommt hier nah oder was? Ach so, sie zeigt mir den Weg. Pff, uhuhu. Lolle! Einfach random auf Mission E! Ach, fick you, alter! Aus dem Busch raus, what? Haben die da... Oh Gott, ey. Wahrscheinlich einfach nur irgendwo in die Gruppe in E reinsetzen wollen, genau mich getroffen. Bin einfach nur bursten in den Schlingel. Ah, ich glaub, ich... Aber das war einfach der übelste Run. Ich bin hier hin, dann hier oben lang, dann hier, einmal rum, hoch, und hier... Das Game ist auf jeden Fall Quality bisher. So, ey, ich muss jetzt einfach mal... Ich hab mit Dingen zu tun, alter. Das ist gut für uns. Weil gegen mich... So, Item fertig. Nice. Ich muss jetzt echt irgendwie mal vorankommen. Ich glaub, ich werd jetzt einfach anfangen zu Split pushen. Das ist eh das Beste, was man hier machen kann. Digga, wir müssen mal Plays machen. Ja, machen. Ich glaub, du kommst besser an, ne? Und du bist eher... Du bist auch gescheiter für Teamfight, so. Okay, dann hol ich jetzt Redbar von G-Top-Lane. Äh, okay. Na, ist die Mitte. Ja, egal, aber ich werd einfach nur Side-Lane pushen. Können wir noch kurz den Farmen und dann kann man groupen. Okay. Oder unten geht's ab. Weil ich push jetzt einfach da Mitte. Oder... Ich hol red... Ach, lol, er ist noch da. Hä? Ich hab Knick in der Puffel, Alter. Nein, ich mein's keine Plays, Junge. Ich will jetzt Split pushen. Nice. Ausbrach. So, jetzt lass mich top. Und Ende. Wir können auch zusammen einfach top machen. Ja, genau. Oh, da geht die Scheiße ab. Ja, wir müssen pushen, pushen. Warte, ich push mitte. Ist, glaub ich, besser gerade. Weil es sind gerade alle Bot-Lane. Ja, es sind echt alle Bot-Lane. Crazy. Das ist doch cool. Hier. Hast du das schon für Items? Es geht. Du kannst eigentlich ganz gut bauen. Ja, ich kann einigermaßen, genau. Oh. Okay, sie sind hier. Top-Lane. Down. Auf jeden Fall. Ja, hier kommen gerade ein paar. Ich geh einfach mal nach hier. Die sind alle oben rum. Ah! Ah! Loll, der ist echt Full-Damage, der Junge. Als ob. Ohne Witz. Spast. Egal, wer im Tower. Ich weiß, ich work. Alter, die haben nicht gepusht. Obwohl sie mit 5... Die sind über die ganze Map für einen Kill gerannt. Während wir kein Tower verlieren und einen machen. Okay, alles klar. Läuft. Wollen wir mal irgendwie... Eigentlich können wir beide gut sowas wie Baron oder so machen, oder? Ja, ich bin ein bisschen... Wenn wir uns ein bisschen abwechseln mit dem Tanken. Ja doch, du hast ja einen guten Queue am Start, womit du dich healst. Hast halt... Ja gut, wir haben halt beide... Ich hab halt echt ein reuliges Scheißbild. Hast du irgendwie immer, Alter? Ja, ich nimm ja auch die Sachen, die ihm zu strong sind, dann, ne? Ja, aber... Ich mein, AP Warwick ist ja eigentlich in Ordnung. Du hast halt auch noch hinzu einen Scheiß-Match-Up. Okay, komm, wir teamfighten jetzt, pass. Hä? Okay, schüss. Jetzt können wir ja nicht Baron machen. Aber wir haben keinen Tank. Das heißt, der würde uns übel zersäbeln. Ich kann erstmal tanken. Oh, lol. Oh, lol, die fighten, ja. Ja, lass fighten. Vayne, 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 wenn dann, ne? Ja. Eins. Genau, 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 genau. Ja, genau, 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 genau. Oh, Lee, oh, Lee, oh, Vayne. Oh, Vayne, oh, Vayne. Ah! Ich lebe, ich lebe alles easy. Warte, geh ich wieder rein, geh ich wieder rein? Ne. Ah, okay. Ich hab, ich hab, äh, zwei geholt, glaub ich. Ne, ich muss weg. Ah. Okay. Ja, ich glaub, du hättest du reingehen können, du hättest genau gemacht, wenn du mit dem Ehe rübergegangen wärst. Ne, ich glaub nicht. Also, erstens, hätt ich keinen Escape dann gehabt. Ja, bestimmt. Außerdem haben die guten CC. Und der Nahe, äh gut, der ist halt nicht tanky. Boah, Alter, was geht mit denen, Alter? So, ich hab aber bald Essence Reaver. Trainer OMFG, why are you not attacking? He did it right, guys. Achso. Das bin übrigens ich. Das bin ich dachte gerade. Oh, jetzt musst du auch passen. Ja. Alter, der heilt sich zu dolle. Lol. Hä, durch den Braum durch. Oh, jetzt haben wir ein Problemchen. Ja, einfach raus. Uhuhu. Ne, da kommt jetzt Leblanc. Ich komm, ich komm bitte. Ich komm bitte. Toppen ist zwar ein riesen Wave. Wie viel Leben hast du? Ne, du kannst noch mit reingehen. Ich müsste eigentlich eher splitpushen. Ja. Oh, lol. Der ist weg. Für uns keine Ulti dafür. Ich geh jetzt einfach toplane. Ich renne jetzt einfach toplane durch. Das sollte ich die ganze Zeit machen, eigentlich. Immer dieses dummige Teamfighter, ey. Mit Leuten wie Trinder mehr. Okay, wir müssen ja unten nochmal Teamfighten. Warum? Warum? Na gut, dann macht halt. Oh, lol, die ist weg. Okay. So, weiter, weiter, weiter. Ich drück hier rein. Scheint ja zu laufen, halbwegs. Ich hatte hier ein bisschen Angst. Aber geht hier. Mhm. Oh, alter, ey. Wie geht einfach für den Kill, ne? Wie geht denn mit euch, alter? Ja, geil. Okay, ich glaube, ich geh lieber raus. Und stunte mich hinterm Turret. Ja, ich kriege gerade gut fahren zusammen. Der Gegner hat einen Ton. Alter, was machen die denn? Hier defft einfach niemand. Five Steps! Hier defft einfach niemand. Da sind zwei. Einer war base. Ja gut. Ich prügele hier gemütlich durch. Oh. Na, wir lassen's mal. Ich komm gleich wieder einfach. Hey, gehen die mir jetzt hinterher, alter? Nee, oder? Ich bin euer Sinner. Oh, lol. Was will der blutige Schatten? So, nice. Da hab ich gebaitet. Aber die haben leider ein bisschen lang gebraucht, bis sie bei mir waren. So, ich mach einfach Top-Lame weiter, denk ich. Ich hoffe, die sind jetzt hier weg. Es scheint so. Na, ist halt super gefährlich, ne? Ich weiß, was die Gegner sind. Weil der spielt halt nicht schlecht und der baut halt auch die richtigen Items. Also bis auf jetzt Bridgewater Cutlass. Naja, ne? Kann man machen, muss man aber nicht. Also, ich fahr mir gut einen ab. Aber jetzt sind wieder alle Mist. Ja, ich glaub, wir checken das. Yes! Towers and Nexus. Was? Was ist das? Oh, ich glaub. Yes! Towers and Nexus. Ach, wir gehen für den Nexus, dieses Game? Okay. Ich dachte, wir gehen für Kills. Nee, nee, nee. Da hast du was falsch verstanden. Oh, Abklingzeit. Yeah. Geil. Ich komm mir ganz schön schäbig vor. Oh, sie wird zumindest load das. Ja, jetzt hab ich eigentlich gute Items, aber jetzt beginnt die Scheiße. Wobei, nur eigentlich das Item. Dann. Oh, lol, er hat ihn noch. Oh. Ja, ich hol mal Red Buffen, mach ich top weiter. Wollen wir ja Baron machen zur Zeit? Nee, ich glaub, wir haben halt, wir sind halt null tanken. Ja, ich glaub auch nicht, dass es wie geht. Ich pushe einfach top weiter, halte die mal Mitte. Oh, lol. Geh nicht rein. Gehen auch noch hoch, ne? Ey, die kommen nicht, die gehen nicht hoch, die gehen nicht hoch. Also, es könnte sein, dass zwei hochgehen. Okay, ja. Jetzt sind drei weg. Nee, einer ist wieder da, das heißt, es sind höchstens zwei. Aber ich nehme an, es ist nur Gnar, der oben ist. Ja. Ja, die Frage ist, wo sind die anderen? Was brauchen wir? Mit Lanes sind zwei. Brent könnte noch kommen, von hinten, bei dir. Ja, bevor nicht alle... Oh ja, jetzt hab ich ein Problem. Oh, er hat sogar Rühleis, das ist natürlich ärgerlich. Komm, einfach, weil ich's kann, dem noch ein bisschen weh. LOL! Oh, lol, ich hab ihn noch geholt! Ihr müsst jetzt Teamfighten! LOL! Ja, Ende. Da! Da! Ende! Beendet! GG, Alter! Deswegen Split Push, Beste! Ihr habt halt gut reagiert in dem Moment, beziehungsweise haben die Gegner euch angegriffen, oder? Nice build, Warwick! Oh, shit! Holy Damage! Achso, er liest, den war ja ein Zuschauer, ne? War das nicht so? Ich dachte, er meinte das gerade. So, jetzt hab ich wieder ein bisschen live. Alter, Chrom Silvia ist halt das Beste, überhaupt, ey. Bei der alten Build ist echt geordnet. Jetzt kann ich... Oh, lol! What the fuck? Hm? Geh, geh doch raus, Mädel! Die spielt richtig aggressiv, Alter. Ja, die geht immer für Kills und Greed. Wer sie... Äh, so, Silvia, so. Schlitz, schlitz, schlitz! So, ich geh hier wieder durch. Ich fahr mir halt übel den Ast ab, ey. Wie ich den Braindock geholt hab, ey, das hätt ich echt nicht gedacht. Ich hab so... Ich hab sogar überlegt, ob ich einfach nicht holte. Und einfach gehe. Ah, damn. Da wollten wir zu viel. Äh, so, was ist das für ein Item, ey? Okay, das ist Damage läuft. Okay, ist die Frage, reagieren sie rechtzeitig? Scheiße, die Wave push nicht ganz gut. Okay, Vayne geht einfach weiter. Da ist ein Nars. Aber ich muss den Fight nicht... Obwohl, ich komm weg. Glaub ich. Oh! Er springt wieder. Oh, schöner Dodge. Ne, okay, ich komm weg. Easy! Früher haben Trinermeer Spells auch Leben gekostet. Du kannst hier Vayne holen, Vayne, Vayne, Vayne. Ja, aber ich... Guck mal, mein... Obwohl, ich hab extra aus. Oh, die haben irgendwo... Die haben ein Scott Portal, Alter. Vor allem einfach in Valhalla platziert. In Timbuktu. Die sind ja hier in der Midlane schon tot. Ey, wer hat denn das von denen? Äh, das steht hier hinten in der Base auf jeden Fall. Und das ist von Braum, ja. Krass. Kannst du... Kannst du Drake... Nee, okay. Oh, rip. Nee, ey. Wo seid ihr denn noch alle? Was macht ihr? Wir haben keine Vision, Alter. Da, drauf, drauf, drauf. Drauf, drauf. Ey, der hat irgendwie nur Uld auf mich gemacht. Die überlebt richtig knapp. Scheiße. Oh, ich wurde auch nur CC'd. Ja, ich hab meine Ulti gemacht. Braum ist halt richtig stark gegen mich, weil er einfach nur einmal attacken muss. Und danach werden wir halt Insin gestunt. Ja. Ja, ja. Deswegen ist es jetzt gut, wenn ich Quicksilver-Scherpe hab. Dann hätte ich eben noch mehr machen können. Kriegen die einen Inip? Nee. Okay, die haben halt jetzt... Nee, die pushen nicht. Ich glaub, die gehen für Baron. Ja? Ich muss mir gut vorstellen, ja. Ich glaube, jetzt kann ich aber auch mit Quicksilver gut one on one. Also alle außer Nah halt. Leute, geht da mal gucken, Alter. Die Bane ist... Auch random. Warum one? Warum one? Warum one? Oh, sie steht erstmal so zwei Sekunden davor, bis sie sich entscheidet zu nehmen. Ist er jetzt wirklich nicht in den Angriff genommen? So richtig gezielt so mit dem Cursor. Ich hab gleich Ulti, dann kann ich Raine machen. Oh, yes. Ja, ich split-push wieder, denk ich. Oh. Nee, ich komm mal runter jetzt. Nein. Oh, lol. Sie hat gerade den Kick. Das war ziemlich nice. Das war ziemlich nice. Oh, ich hol mir Brand. Ich hol mir Brand. Ja, ich push unten weiter, weil die machen das ja ganz gut. In der Mitte. Warte, der müsste sich jetzt... Oh, lol. Der kommt hier in den Busch. Juhu. Wrecked. Nee, nee, nee. Oh, er hat keinen Mahler. He, he. Ah, den Blue Bug, ne? Vergiss das nicht. Oh, leu. Jetzt verlieren sie Mitte. Hä? Oh, ich hab Minions angegriffen. No! Ich hab Minions angegriffen! Was und wie haben sie das jetzt verloren? Ja, weil sie von Vane gepickt worden gerade. Oh, nein, Alter. Das war gerade einfach 10 von 10 bad. Alter, ich hab die Minions erst in die Wave gerannt. Und ich hab halt die Minions angegriffen. Das waren locker zwei Hiele, die ihn eventuell gekillt hätten. Oh Gott, ey. Vor allem, ich hatte da auch Quicksilver, ey. Immer diese Items, die man einfach nie kauft, weil man keinen Edic-C spielt und dann erstmal dran gewöhnen muss, die zu aktivieren. Vor allem, Top-Lane ist der Tor halt fast weg, ey. Aber die kommen auch immer zu zweit und machen mich einfach. Ich glaube, ich sollte vielleicht auch lieber mit euch tun. Ich weiß es nicht. Also, einmal hat es halt super gut geklappt, so. Aber, ja. Irgendwie, alle wollen doch immer nur kämpfen. Ja. Kämpfen! Lass mal kämpfen, Max. Ja, Alter. Lass kämpfen. Ja, ich geh jetzt einfach mit. Echt? Oh, leu. Jetzt hab ich Quicksilvert. Geil. Oh, leu. Oh, leu. Oh, das. Können wir einfach an Ende. Aufprüfung. Ja. Good job. Nicht diving, nicht diving. Ja, ja. Wir können beenden, glaube ich. Na? Oh, passt. Ich müsste mich halt hochleadschen, wenn ihr mich kurz lasst. Ich denke, oh, lass mich nicht tanken, Max. Wir können jetzt hier... Wir können wenden, wir können wenden. Leuz hat er... Leu. Hä? Ich meine, einfach ein Tower. Ich peke. Ah! Nein, ich sterb! Nein! Nein! Mach den mit! Mach den mit! Mach den mit! Mach den mit! Oh, Gott! Ich glaub... der nicht wegge... Geht! Hat die irgendwie Tourette oder so? Äh? Vor allem Stop Flaming! Sie pingt einfach nur Stop Flaming! Äh... Ach, Guardian Angel! Ach, Guardian Angel! Uh! Wurde mal... Willst du Backdown? Ja, mach ich! Ja, mach ich! Aber die haben halt überall... Die haben halt ganz gut wischen, glaub ich, mit ihren... Die haben auch... Obwohl... ...hacken würde... Oh leu, warum... ...quicksilver ich denn immer? Oh, Max, ich komm, ich hab noch... Ich hab... Ich hab... Dings... Ich hab da dieses Scheiß-Frost-Queen-Ding drauf! Ja, nice! Oh leu! Brauch ich mal lieber Ult, Alter! Yo! War die gute Entscheidung! Ah, was?! War... Warum... Warum... Warum heilt der sich denn so... Alter, der hat ja nur Lifesteal! Wer ließ hin? Ja! Warum sind denn jetzt wieder alle gestorben, Alter? Ich versteh das nie! Alle bleiben immer so lang drin, bis sie draufgehen, Alter! Ja, ich hab nicht gedacht, dass der voll AD geht, Alter! Dann müsste der eigentlich... Die gehen alle... ...immer auf Damage, Christo! Außer der Braum! Ja! Ja, äh... Geht auf was anderes! Das Item bringt mir aber nichts! Oh Mann! Dieses Item, das bringt mir einfach gar nichts! Außer Ability, Power und Codon Reduction! Aber die kriegen nie nen In-App, ey! Die machen halt uns immer wie weh! WAT MACHT SIE DEN?! Ne, ne... Schreibt sie nur was! Das war der vierte, ne? Wir müssen jetzt langsam mal Terror machen! Wir haben noch keinen, Alter! Ja! Wessen Schuld ist das? Natürlich des Junglers, ey! Wer hat das Scheiß-Jungler? Ja, ich raste auch auf! Scheiße! Oh Mann! Soll ich Splitpushen? Soll ich... ...Vektoren? Ne, der Inip ist halt bald wieder ab! Von denen! Ja! Lass mich aber Splitpushen! Toplane! Oh! Soviel Farmen, ey! Ich hab'n wegmachen, wir alle! Warum machen wir das eigentlich zu zweit? Ich hab' gesagt, du sollst... Ne, das ist ein Botlane, Alter! Geh, geht da hin, lenkt die ab, ich pushe hier durch! So, ich muss mir jetzt merken, die Scheißes auf zwei, die ist auf drei! So! Auf zwei ist die Grenze! Ich merk' es dir, Max! Warum ist da keiner?! Hä?! Warum stehen alle in der Mitte, man? Die machen den... Max, komm komm komm, wir gehen Backdown! Komm mit, komm mit, komm mit! Komm mit! Ja, aber die porten einfach back! Hä?! Wie Backdown! Außerdem ist der Inip doch gleich ab! Nein, ist er nicht! Jetzt, Vein back... Vein portet schon back! Das ist übel dumm! Guck mal, TP! Lass weggehen, lass weggehen! Noch können wir weg! Okay! Brand kommt! Können wir Brand töten? Ja, hast du Ult? Ja... Dann drauf! Auf Brand! Go, go, go! Oh wow! Oh wow! Halt's off! Alter! Naja, wir haben jedenfalls aufgehalten, dass die unsere Base machen, ey! Ja... Naja, ich hätt' einfach oben... Ich versteh' nicht, warum nicht einfach... Ich mein' wir in zwei Bot pushen! Geht doch einfach hin! Ich splitt Push-Stop durch! So, aber nein! Alle gehen irgendwie... Keine Ahnung... Mitte oder wo weiß ich... No! No, 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 no! Hä? Der Inip steht da, warum wollen die... Alter, können wir das nicht... Das ist so ein Branche-Game. Hör dich einfach. Guck mal, wir haben top den Tower bekommen. Es ist easy, Alter. Wir pushen gerade. Ja. Wir haben sogar weiter gepusht als die. Ja. Alter, CVR! Hä, wo war das denn schon wieder? Der Lee kriegt mich halt auch immer weg. Instant. Bam. Ich bin Vollbild, Max. Why? Why? Alter, dies ist so dumm. Okay, aber ich schreibe lieber nichts. Nee, ich schreibe, dann kommt's besser. Ich in Technik. Ey, 90% Solo-Queue-Wins sind durch Mindgames und diskutieren. Lol, hahaha. Jetzt kommt's. Nein, das ist ein Teamkampf. Obwohl ich hab jetzt GA. Ja, gut. Wir gewinnen keine 5 gegen 5. Das kannst du klicken. You guys are stupid kids. Pre-made, go play normal, please. Hahaha, Alter. Vor allem, du sagst einfach nur... Pass auf, hier sind die, hier sind, pass auf. Aber sie wendet halt einfach rein. Ja, einfach eiskalt, eiskalt facecheck. Ey, wo sind die? Die trappen irgendwie... Jemand keine Vision. Oh, da unten. Können wir da hin? Ich weiß nicht, ob wir sollten. Wir sollten doch. Hier links sind die. Haben die mich jetzt hier gesehen? Lol, nice. Lol, ich kann die killen. Nein, Leute. Okay, ich tank die. Ist easy. Wir müssen Vein töten, ne? Ja, lustig. Unsere Mates machen irgendwie nicht mit. LOL! Einfach gesnipet! Hä, und Nadel... Und Nadel... Nadel geht weg, weil Sibir Mittelehnen macht. Sibir ist grad Split-Busher. Hä, Alter, sie sagt zu mir! Ich soll... Ich soll... Was? Das ist ja mal das geilste überhaupt! Flamed mich, ich soll nicht Split-Pushen! Und dann... Ne, drin ist kein Split-Push-Tam. Was hie wir, ne? Wir... Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter, ist die dumm im Hirn, Alter! Alter, der ist so tanky, ne? Den kannst du niemals töten. Beide! Beide! Aber wir haben die verfickten Scheiß-Bills haben! Hahahaha! Mach einfach den Tower! Fokus auf den Turret, Alter! Fokus auf das Tourette! Alter... Mann, ich bin... Die sind beide Range. Können die nicht einfach den Tower machen? Ja, ich verstehe das auch nicht, Alter. Alter... Hör uns auf! Hör uns auf! Ich bin hier komplett behindert! Alter! Die checkt einfach nicht, dass der Next ist. Der wird grad halt weniger als... Barron! Barron! 15 Sekunden! Äh... Drake ist aber auch ziemlich wichtig. Die haben nämlich den fünften. Ja, egal. Aber der ist später. Wenn wir den jetzt rushen, kriegst du? Wir beide kommen rushen und... Wir schaffen den nicht zu rushen. Guck mal unsere Items an! Ich hab GA, Junge! Okay. Okay. Ich... Ich würde sagen, das ist ein Scheiß-Call. Aber ich... Ich hör jetzt mal auf dich. Na, warte. Die kommen gerade. Wir können vielleicht trappen. Oder? Kommen die? Kommen die nicht? Okay, warte. Ich clear erstmal hier die Vision. Wir können hier eigentlich trappen. Wir können... Wir können grad nicht fighten. Wir sind nur zu dritt. Ja, ja. Ich geh zurück zurück. Lol. Okay, doch. Nein, 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 nein. Heb dir das auf. Heb dir das auf für'n Teamfight. Ich hab auch noch die Geister, die mich riefen. Was? Die Geister? What the fuck? Ja. Ja. Komm, wir machen einfach jetzt schnell den Drake, während die hier Mitte sind. Ja, Drake. Weil wenn die den kriegen, haben wir richtig ein Problem, ey. Ja. Dann verlieren wir nämlich automatisch. Das ist dann... Was macht die Sie mir?! Ver... Oh ja, jetzt hab ich's gecleanzt. Komm wieder, Alter. Ja. Geil, ne? Schnell, 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 schnell. Oh Gott, die kommen schon. Ne, den kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Und dann Brand. Oder weg? Weg, 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 weg. Weg, ja, die kommen, die kommen. Okay. Ich renne, ne? Ich renne. Warum bin ich so lahm, Alter? Okay. Ne, 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 ne. Lass hochgehen. Komm, da sind unsere Jungs. Ja, der ist down, Alter. Der ist down! Warum haben wir das jetzt geschafft? Komm, wir gehen einfach in die Mitte. Ja, einfach in die Mitte jetzt durch. Oder? Oh, wir können ja... Ne, 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 ne. Komm, wir gehen das Mitte durch. Okay. Ja, versuch die da zu snipen. Jungs, rein. Ihr müsst die da knallen. Ja, keine Nexus Turrets. Lass den versuchen zu killen, oder? Ich hab Exhaust. Ja, warte, ich hab einfach Ulf. Und GA. Das ist einfach so asozial an Tundermel, muss ich sagen. Kann ich das schaffen. Hast du noch Ulti? Ne, ja, hab ich grad gemacht. Oh, Leute, ich hab gegen den... Alter Leblow, Mann. Ich hab gesagt, dass das nicht wahr ist. Was macht die Leblow schon wieder? Ich rast hier vollkommen aus! Nein, alles gut. Ich bin gegen den... Oh, wenn sie jetzt stirbt, ne? Warum geht sie denn schon wieder rein? Ich bin gegen den Nexus geäht, ey. Das war zu... Direkt durch. Irgendwie, man kann da nicht durchgehen. What the fuck? Was hat sie denn gemacht? Ja, und Sibir war irgendwie back oder so, ne? Ja, Sibir war... Ich schnall das nicht, Alter. Alter, das ist echt die Härte, Mann. Wir hätten einfach... Alter. Echt die Härte. Ich hab mich noch vom Weh treffen lassen. Ich hab mir gedacht, naja, ich hab ein Ulti an. Ich kann einfach draufkloppen. Aber er hat mich dann halt geweht. Das wären auch so zwei, drei Schläge. Scheiße. Warum ist dieses Game so lang, Max? Das ist fast schon 50 Minuten. Ja, es ist komplett verstörend, was wir hier machen. Die machen grad Barrel, ne? Ja, was sollen wir machen? Ja, Sibir geht wieder Backdown oder so. Warum will die immer Backdown? Ist die irgendwie behindert im Kopf? In der Zeit, wo Sibir... Jetzt gehen die einfach alle back, weil die Barrel fertig haben? Wie man das so macht? Alter, die... Alter... Ne, warte, wen hol ich mir? Angriffsschaden, ja. Go. Alter, ich splitt jetzt einfach. Ohne Witz. Ich hab kein... Was macht sie da? Ah, sie tötet sogar. Sie tötet sie? Leu. Du da, hier? Leu. Nichts sinnvoll, eh, die macht halt... ihren Carry-Buffer. Einfach getreten. Ja, wir sollten jetzt einfach irgendwie versuchen, Teamfight zu gehen, um in der Mitte irgendwie mal... Ja, lass es versuchen, zu catchen, guck mal hier. Ey, ich muss grad brauchen für die Wave, Alter. Digga, ich hab nichts für Wave-Clear. Ich hab keine Hydra. Okay, wir können hier vielleicht echt was versuchen. Mach noch den Dicken, wenn ihr nur dann. Oh, lol. Ne, ne, ne. Oh, doch, ich hätte... Scheiße, ich hätte... Hm. Naja. So, was machen die jetzt? Ich glaub, die trappen irgendwo. Pass auf. Wir können Nip nicht nehmen, oder? Na, ich glaub, die... Formieren sich jetzt neu. Hotlane-Push bei uns jetzt rein, glaub ich. Ich hab auch noch nicht... Oh Gott, ich hatte ja auch Quicksilver, Alter. Dieses Game darf ich ja... Alter. Oh, ne, 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 ne. Lass nicht fighten. Wir müssen Baron abwarten. Ja, aber solange wir sie ja reinpushen, ist ja alles gut. Ja, ich geh jetzt runter. Da kann ich noch keine engage'n. Irgendwie, es fehlt auch wieder Sylvia. Ich weiß nicht, was die den ganzen Tag macht, Alter. Die war tot. Ja, aber die steht doch... Achso, und ist die gerade wieder gespawnt. Ja, ja, und ist gerade wieder gespawnt. Oh Gott, ey. Eigentlich müsste ich echt splitpushen und ihr fightet halt nicht so. Aber das kann's halt nicht bringen, weil es wird immer gefightet. SIVIA! Was ist denn mit ihr? Ja, und jetzt? Oh, leu. Wir haben noch einen Weg. Oder hier? Können wir da was machen? Wahrscheinlich nicht. SIVIA will backdown. Okay, wir halten sie jetzt einfach vom TP ab, okay? Ja. Gut. Okay, aber du bist tot. Aber... Ja? Weiter aufhalten! Oh, lol. Lololololol. Aber sie schafft's, oder? Ja. Jetzt ist sie einfach auch wieder tot. Ja. Aber warum will sie denn den ganzen Tag backdownen? Kannst du mir das mal erklären? Weil... Ich mein, Ex-Paker machen! Mein großes Idol! Auf ADC. Ähm. Ja, mit SIVIA. Was? Oh, ich dachte grad... Ich dachte grad... Ilele, Blau hat's nicht geschafft. Oh Gott. Okay, den können wir knallen. Mach was! Spring zurück, Mädel! Spring zurück! Spring zurück! Barsch! Oh lol! What the fuck! Die Minutes killen sie einfach. Nee, nee, nee. Mitte, 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 Mitte. Oh nein, Mann! Ich mach mal den Falschen! 20 Sekunden bin ich da. Äh, jetzt hat der Ulti raus. Hat grad irgendein mal geflasht? Ja, alle und irgendwie Ultis auch. Und ich weiß es nicht. Lol, die Kette ging da nicht. Ge-slowed! Jetzt tretet ihn einfach. Okay, ich komme. Ah ne, ich steff den Pot. Hä? Ich schnelle hier auch nichts. Wir müssen zum Drake, Max. Ja. Ey, das ist ein richtig behindert... Was macht die Vayne da? Ich hol mir den Drake in der Zeit. Nee. Nee, auf die Vayne. Hast du Ult? Ja, ich hab Ulti. Dann auf die Vayne. Go, 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 go. Okay. Jetzt kloppen wir einfach den weg. Mein Gott, die haben den fünften Drake. Aber... Leben nicht. Also... Ich glaub, wir können durchpushen. Ich glaub, wir können durchpushen. Ja, wir können banen, ja. Oh, mit C4. Oh, im G, Alter. Warum geht's denn schon wieder hier durch den Jungle? Hahahaha. Ist sie im Geist komplett zurückgehängt. Lauf! Lauf! Irgendwie hat sich grad gebackportet. Leblanc hat sich gebackportet! 18 Sekunden Ulti, Mann. 18 Sekunden. Mach deine Schei... Okay, ihre Ultis an. Kannst du einfach nur ablenken und... Okay, jetzt. Try. Okay. Okay. Okay, ich hab's so. Komm. Ich bin da. Komm, komm, komm. Jaaaa! 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 Alter! Dieses Game! Als wär ich Diamond gekommen, so schwer war das! Alter! Oh Gott! Oh Gott, was! Ein Haufen Arbeit! Als hätt ich irgendwie 10 Tonnen Holz gehackt! Alter! 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 Ich will nicht mehr! Ich bin so fertig grad, Alter! Ich muss auch sagen, ich hab auch echt Scheiße gespielt, so. Aber es war echt... Alter! Ja! Das war eine weitere Runde. Bronze Bravery. Dank schön für die neue Seite und so. Ja. Äh, lol. Ich seh grade, bei meinem Bild auf der Seite steht Kerngedanke rein, bei dem Trindermeerbild. Naja, gut. Und 4 von 5. Why? In dem Sinne. Tschüss! Tschüss! Und jetzt! Tschüss! 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 Töck! Und jetzt!